Unsere besondere Herausforderung in der Bundesrepublik Deutschland und auch im Land Nordrhein-Westfalen, das Einsparen von CO2. Und das gelingt am besten, wenn man den Energieträger ändert und deswegen brauchen wir mehr Windenergieanlagen. Und die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen wird ab dem 01.01.2024 erhebliche Erleichterungen mitbringen, für die die Windenergieanlagen bauen. Sei es im Abstandsflächenrecht oder auch in der Frage, in welchem Baugenehmigungsverfahren ist man denn einfach unterwegs. Ab dem 01.01.2024 werden Windenergieanlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren vollzogen. Eine deutliche Erleichterung gegenüber heute. Und wir wollen auch stärker kombinieren mit anderem Fachrecht. Also das, was schon einmal geprüft worden ist, soll nicht erneut geprüft werden, um letztendlich die Genehmigung von Windenergieanlagen deutlich beschleunigen zu können.